Die drohnt jetzt mit Yana gerettet Yana ist Ultra-Lit, Jungs Kali pusht langer Zeit Wirklich One-Shot Ne, die hält nur Main-Win noch, die Kali Jetzt rechtsseite Die pusht jetzt mit SMG gleich, warte Das ist nach rechtsseite Ich sag, ich bin... Ich sag, ich bin... Letzte noch Choppy auf mit Peek gerade, mit Sniper Late-Longing, auf ping Ich los in der Tür Jetzt kann er nicht mehr planen Nice, oh, good shot, Digga Digga, wir ficken die so, Patrick, let's fucking go, man Das ist einfach gefühlt Juuuuh Ich fucke mich an, Digga Waschalat Dementsprechend einfach mal abwarten Mal ein bisschen Tee trinken Und vielleicht hier Mit Geduld das Ganze angehen So wie es die Spieler auch machen Die hier allerdings nicht so geduldig sind Sondern schon wieder Sehr aggressiv auch gegen den Blue-Bereich angehen wollen Hat auf jeden Fall nötige Zeit gekostet Aber overall War es dann doch nicht der Gewünschte Effekt Und auch der bleibt hier aus Und der wird hier sogar noch mal Richtig zum Nachteil Ich hab Astroffnung Ja, richtig Dreh ist frei Also, Coffees frei Box frei Oh lol, what the fuck, Digga Ninety frei, Ninety frei, Patrick Ich hab den Red Flank Die dritten Red Flank Einer kommt Ninety vor Zwei Leute long Zwei Leute Ninety long gewesen Einer steht hinter der Bar Puls ist oben Puls ist oben Hinter der Bar Panderberg Was? Einer ist Red Ich kommkau Da ist der wo ist Puls hinter der Bar Puls hinter der Bar oben Letz hinter der Bar Letz hinter der Bar Der war hinter der Ja, was soll ich denn machen? Puls ist oben Eke nur Ich hab Greenhall Flank Gefused Oh ne Oh ja Der eine ist aber schon gut Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ne, ne, ne Ich bin mit einer B Classroom, Classroom war einer Einer macht Classroom Ja, got it, ja got it Schön Dann müsste der Puls eigentlich abwechseln Warte, ich hol' mal den Puls nochmal Einer macht Classroom Einer macht Classroom Einer macht Classroom Einer macht Classroom Äh, Patrick ist online Patrick ist onside Patrick ist onside Ich seh den Puls nicht Classroom Schön, Patrick Hol' mal weiter Die haben auf jeden Fall ein Mutes Apatrix ist online Ich bin online, bei drei Ich geh jetzt Ich hach' deinen Top-Right Einer erdeck! Ich hach' top-Right Ich hach' Top-Right Ich hach' Top-Right Pimm ihn mal wo? Pimm ihn mal wo? Warte, warte, Pimm ihn Guck jetzt, guck jetzt was passiert Guck jetzt was passiert Guck jetzt was passiert Bist du ready? Okay Ist doch einer hier Aufgerüstet OH SHIT Hat ich dich holt oder nicht? Nene Wo war der? Der steht genau hier bei mir Der steht genau hier bei mir Warte Hör mal grad einen Pumpschuss wieder geschluckt In Trophy, in Trophy Ganz close links unserer Tür Ganz close linke Seite unserer Tür Was ist der? Was ist der? Oh das Digga Ich hab mit seinem Schild Big Windows und Schild, pass auf Trophy kann ich callen Und seit Ich hab Flam Flam Trophy ist frei Da ist jetzt wieder der letzte Trophy ist frei Da ist jetzt wieder der letzte Patrick du bist zu gut Junge Digga Digga, halt auf die Fresse, oder? Ich stehe am Runde Ich kann das so weg jetzt von, Alter Ich kann von oben unterschiffen Ich kann von oben unterschiffen Ich kann von oben unterschiffen Einer ist im Workshop Äh Quatsch Im Loch Passwort ist das Main Door, Main Door Ohne F*** 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 Links von dir ist ne Cam, Patrick Links hinter dir Links hinter dir Links hinter dir Ah, Scheiße Ossa geht rein Ossa ist innen Hab ein Schild da Ossa Diff Hm? Nochmal noch einer Ja, hab der F*** 3 gegen 3 Müsst nicht mehr peaken Ich nicht Ich hab Messer ihn Und Rumpf scam Einer bei mir bei Dragon Einer ist der Er ist spät Noch einer oben an der Saison Einer Dragon Der ist totbestattet, glaub ich Ja, und einer hat Drams gedrohnt gerade Drams rot grad gedrohnt Den Drams Der andere Drams Der andere Drams Drams und Dragon Der letzte Drams Der letzte Drams Spielt safe 3 gegen 1 Er hat ne LMG Er kriegt euch im Zweifel alle Der geht echt vom Charass, glaub ich Der kommt Dragon 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 Ich würde mich da so weg Prefeiern, Passdreck Ich hoffe nicht Ich hab nicht Ich hab einfach die Howerway da Bedrohend Ich hab's da Ooooooh, was ist das denn? Ossa auf Glamsdorf Der kann rotieren Ich hab, ich hab mir nicht den Howerway Der braucht mich Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat dann in die Füße Er kommt zu Schön, äh Da drin Holy shit Was, placeholder?